So, gleich mal die nächste Folge von, ja, PvP Training. Wir schauen, was wir heute hinbekommen. Oder jetzt. Ist natürlich... Ich hab jetzt auch ein Video am Rennen, also, ja, mal schauen. Natürlich ein bisschen besser vorgehen hier. Okay, läuft gut. Sollten wir gewinnen. Ach, hab ich sogar. Hm, okay. Gut. Gott, ab, verbringen nix. Vergiftung nehme ich mal, statt der Wetzter und Hörschers. Schreiben das Buch kann ich auch wegschmeißen und das dann da hängt. Getroffen, okay. Mal die Pfeile aufsammeln. Scheiße, ist es unendlich? Oh, Gott. Das da oben anzünden. Jo. gibt mir noch besser das war knapp das habe ich mir gegeben stärke ok jetzt bin ich glaube ich scheiße und es ist gerade sehr viel los irgendwann raus beim scheiße scheiße ich bin irgendwo rein hier ich mache euch jetzt mal unsichtbar das ist super Oh man Ich will rein, hallo Es hat gerade so super funktioniert Am Anfang, wo ich aufgenommen habe Jetzt nicht mehr, wow Okay, ich klicke erstmal nur auf ein Schild Oder auf zwei Ey, das ist doch nicht wahr Ich klicke jetzt mal nur auf diese Schild Ist das Jetzt bin ich dran Okay Gut Ich wollte kein Energy Water machen So Alter Nein, dieses Wasser nervt mich Okay Nein, nein Jetzt spammt er mit dem Bogen und er ist down Sehr schön Geschafft 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 Okay So Einmal weiter Er hat mich schon gesehen Okay, und das ist auch down Sehr schön Ein Verum Und ein Turnier Sehr schön Heißt also, dass die ganzen Hacker Wahrscheinlich In dieses Turnier gehen werden Oder der jetzt lieft Also wenn du mich wegangelst Ich bin hinter dir Na, angelt nie nach vorne Okay, der war gut Jetzt hab ich drei Lava einmal Scheiße Ja, leg noch mehr rum So Ich treff gar nichts durch die Lecks Ich hab wenig Herzen Zu wenig Das war die Lava Ich baue mich raus Vielleicht merkt das nicht Nein Okay, das ist dann Und vorbei Er hat zugemacht Alter, ich treff gar nichts Ich treff nicht Ich treff nicht Ich treff nicht Es gibt auch sowas hier Komm, 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 komm Komm, 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 komm Oh, fuck 2,5 Herzen Vielleicht auch ein bisschen Aber das ist egal Eigentlich nur drauf Nur drauf Das einzige Sebastian Ist drauf Drauf, drauf, drauf So So Wieder Hierhin Okay Wurzel gibt es Sauer Schwarze Eichenholz Türen Ich weiß nicht Wofür Führt diese hier Gut Warte, mir reicht Ich mach das Dann erst mal aus So 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 Okay Go Komm Komm Ich will den nächsten Fight Komm Ich bin heiß Obwohl ich gerade so viel Verliere Aber Ege Äh Unendlichkeit Und Rückstoß Gerichte Erst mal ein Pfeil rein Und da ist er da Mit drei Herzen Überlebt Okay Äh Komm Rückstoß Okay Okay Was Wo war das Feuer Okay Da war irgendwo Feuer Oh Gott Komplett falsch Inventar In Ordnung Das spielt rückwärts Das wär die neun Da kann ich nochmal hotkeyen Irgendwas hab ich bekommen Ten hundred Wow Ich hab nicht Kein einzigen Trank genutzt Ah ja Okay Warte mal Ich stell Ja das ist Ähm Das ist mein Topkits Kit Oder Topkits Topkits Ah zweiter Platz Dreierzehner Bewertung Okay Alles klar Und Ja Komm Waffe Ich bin's Hab meinen Namen geändert Okay Beide Ich Okay Er leckt Okay Äh Okay Ich müsste aber immer noch ein Vorteil sein Jetzt nicht mehr Ich kann's nicht sagen Ja Ja Geh da gibt er mir immer zwei Hits Nein Ich geh nicht ins Wasser Du gehst wenn er ins Wasser Da brauche ich jetzt kein Gold dafür Nein Okay Okay Ich weiß nicht wer führt Ich kann's nicht sagen Okay Alter, du Nervsfeil. Mann, der ist dieses Kid auch. Ich glaube, er gibt mir mehr. Aber ein Herz, der dauert nochmal viel. Schade. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der Specht. Und wieder gegen ihn. Und wieder dieses Kid, oder? Oh Mann. Das verliere ich auch. Er gibt mir einfach... Ja. 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 Ach Gott. Mann, das gibt's nicht. Ich krieg eh keinen Feuerschaden. Ich krieg nur Schaden durch ihn. Ich esse immer bei drei Essigen Goldapfel. Er nervt mich ja total damit, seine Spielweise. Aber es kann auch sein, dass ich einfach nur wen... Ich kriege die ... 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 so und wieder auf mein whatsapp angeschrieben okay und trifft einfach nichts okay das aber leichter war oder er legt ich treffe einfach ihn gar nicht er leckt einfach so hart kämpfe aber halt relativ lange da diese zwei langen kämpfe da ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wir sehen uns